Und gewonnen? Noch nicht ganz. Da kannst du ja bei mir im Stream gucken, da siehst du es ja. Ich hab doch geschrieben, Enrico, nach Monopoly. Brauche noch ein paar Minuten, bis ich den fertig habe. Deswegen habe ich auch keine Uhrzeit beigeschrieben. Keine genaue. Das war ein Minütchen werde ich noch brauchen. Das ist immer das Ärger. Das ist immer der Herrlichste. Was? Ja, gerade. Ich war losgekommen und dann sofort die Steuern zahlen müssen. Ja. Hat er eigentlich so viel Kohle auf einmal her? Bist du auf sein Ding? Ja, ja. Bin auf sein Ding gekommen. An Hotel. Okay. Dafür kommt er jetzt gleich auch. Bei mir vielleicht auf zwei Hotels und dann ist er auch schon erledigt. Und du hast ihm die blaue für die gelbe gegeben. Ja. Weil der Computergegner ist nicht so baufreudig. Oh zack, ausgebaut. Ja, da wird aber nicht so viel bauen. Da wird vielleicht zwei Häuser bauen. Ja, aber mit einem Haus bist du ja schon bei 175 und mit zwei bist du schon bei 500. Also, da musst du ja nicht viel bauen und es tut weh. Ja, aber wenn der jetzt bei mir auf ein Hotel draufkommt, dann kann er es auch ganz schnell wieder abreißen. Weiß wieder abreißen, sagst du. Dann kann er ganz schnell wieder abreißen. Er baut sogar drei. Ach, der nimmt sogar Hypothek auf. Ich setze alles auf zwei Karten. Das ist sehr ungewöhnlich. Würde ich behaupten. Würde ich auch behaupten. Aber stilführend ist es die andere Frage. Wenn du draufkommst, ja. Ja, erstmal muss er jetzt bei mir draufkommen. Dann sieht die Sache gleich schon anders aus. So wie jetzt? 5, 7, 8, 7. Ja. Autsch. Das tut jetzt wirklich weh. Was? Der hat aufgegeben. Vor allem, er hat zuerst die Häuser dann abgerissen und dann festgestellt. Okay, ich gebe auf. Das ist... Noch ein Haus weniger, noch ein Haus weniger. Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator. T-Shirts, Turnbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop. Alles, was ihr braucht. Und dann kann ich den Kommentaren, die wir brauchen. Wir brauchen uns, wenn die��te, die wir brauchen. Aber wir brauchen dieuaher. Wir brauchen wir brauchen. Cheese. Untertitelung des ZDF, 2020